Musik Kann mir mal einer sagen, wie man hier hinkommt? Oh, das ist aber weit, ist ja Schwerin. Schwerin, du hast tote Hose, das kannst du vergessen. Ja, aber wo geht das denn eigentlich nach Schwerin? Naja, da müsste ich über Sabelsdorf, naja, und steht dort auch, so ist auch die Schilder. Ja, das steht schon da, aber wir wollten euch auch mal was fragen. Ja, dann musst du jetzt die nächste erst mal rechts, dann links und dann wieder die vierte links. Ach, stimmt doch gar nicht, dann kommen sie doch bei Milbenberg raus. Ist die Schwerin einer gestorben oder seid ihr gerne? Nö. Naja, die können auch ohne Abkürzung nehmen. Also pass mal auf, ich erzähle das jetzt. Zuerst fährst du ein Stück geradeaus und dann links und dann so circa drei Kilometer. Und dann kommt eine Unterbrückung. Und dann fährst du und da durch und dann so nochmal so zwei, drei Kilometer. Dann kommt ein großer Schild. Ja, und auf die Schild.